Die ersten 15 Minuten Städte haben jetzt Gesichtserkennung eingeführt und berauben ihrer Bürger der Freiheit. Du darfst deinen Stadtbereich nur noch verlassen, wenn dein Gesichtsscan auf grün geht. Das ist wirklich der letzte Schritt zur Versklavung der Bürger. Alle Details in diesem Video, los geht's! Was ist das für die 15 Minuten Städte? Du bist in einem 15 Minuten Radius bewegst und somit natürlich die Umwelt schonen und das Klima retten kannst. Und ein Pilotprojekt für diese 15 Minuten Städte innerhalb von Europa sind unter anderem Barcelona, Mailand, Paris und auch Hamburg. Tja, so viel zur Theorie. Weil viele kluge Leute behaupten, dass dieses Konzept nicht für die Klimarettung gemacht ist, sondern er dafür dient, die Bürger einzusperren und besser kontrollieren zu können. Und generell konnte man es ja schon sehr gut bei den ganzen Lockdowns der letzten drei Jahre sehen, sowohl in Deutschland als auch ganz besonders in China. In China wurden ja ganze Millionen Städte unter komplette Ausgangssperre gestellt, um die politische Agenda umzusetzen. Und das waren wirklich sehr, sehr düstere Zeiten und ein schlimmerer Ausblick auf unsere Zukunft. Tja, und die Kritik an diesen 15 Minuten Städten, dass man dort eingesperrt wird und kontrolliert wird, die wird jetzt immer lauter, je mehr darüber berichtet wird. Aber auch die Gegenkritik wird immer lauter. Die Politiker sagen ja, ach, dass wir alle Spinner sind, dass es keine Absperrung geben wird, dass niemand eingesperrt wird, dass sich alle frei bewegen können und dass die Regierung auch niemanden kontrollieren wird, ja. Unser Angst vor den 15 Minuten Städten sei doch vollkommen unberechtigt. Hm, das ist doch jetzt sehr interessant. Wenn also niemand eingesperrt wird und die Regierung auch niemanden einsperren will, warum haben dann jetzt die ersten 15 Minuten Städte Gesichtsscanner an ihren Zonengrenzen installiert? Ja, du hast richtig gehört. Die ersten 15 Minuten Städte haben jetzt sowohl Gesichtsscanner als auch riesige Metalltore an den Übergängen zwischen den Stadtgrenzen installiert. Du musst also, wenn du in einen anderen Stadtbezirk willst, diese Übergänge passieren und dort musst du dein Gesicht scannen lassen. Ansonsten kommst du einfach nicht durch die Absperrung und kannst dein Stadtviertel nicht verlassen. Und wenn dann der Gesichtsscanner auf Rot geht und nicht auf Grün, dann kommst du eben nicht raus. Und genau das ist es ja, was viele von uns befürchtet haben und was jetzt Realität wird. Das sind also keine Verschwörungsmythen, ja, oder irgendwelche Hirngespinste. Nein, das ist jetzt schon Realität. Und das Geile ist, die ganzen Systemmedien, die versuchen das immer noch abzustreiten, obwohl das jetzt schon existiert. Und das ist einfach nur lächerlich. Erst vor zwei Monaten schrieb zum Beispiel die Frankfurter Rundschau, 15 Minuten Städte, was dahinter steckt und was Verschwörungsgläubige befürchten. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, haben auch Verschwörungsgläubige das Thema für sich entdeckt. Auf diversen Kanälen zu beobachten, dass sich Menschen an der Idee der 15-Minuten-Stadt rieben und behaupten, dass Menschen in Zonen festgehalten und ihre Freiheitsrechte beraubt werden sollen. Was? Nein, wer sagt denn sowas? Unglaublich. In den Fokus der Verschwörungsgläubigen sei die britische Stadt Oxford geraten. Hier will man ab 24 für sechs Monate ein Kameraüberwachungssystem testen, das Fahrverbote für Autos in einem wenigen Streckenabschnitten der Stadt kontrollieren soll. Die Stadtverwaltung sagt dazu, bei der 15-Minuten-Stadt geht es nicht darum, die Bürger einzusperren oder einzuschränken, sondern ihnen Zeit zu verschaffen. Es geht nicht darum, Bewegung zu verhindern, sondern darum, jeden die Wahl zu lassen, sich zu bewegen. Also noch lächerlicher geht diese schönen Reden der Frankfurter Rundschau nicht. Jeder hat doch jetzt schon die freie Wahl, wie er sich bewegen will. Warum braucht man dafür ein Kameraüberwachungssystem und Gesichtscanner? Also ich frage mich wirklich bei diesem Artikel von der Frankfurter Rundschau, wie viel Geld die Autorin Katrin Ralkowski dafür bekommen hat, um so einen Mist zu schreiben oder dafür auch noch Werbung zu machen. Es geht nicht darum, die Bürger einzusperren oder einzuschrecken. So ein Unsinn. Also wenn du dein Stadtviertel nur an bestimmten Checkpunkten verlassen kannst und auch nur, wenn deine Gesichtsprüfung positiv ist, dann bist du auf jeden Fall eingeschränkt. Und wenn deine Gesichtsprüfung nicht positiv ist, dann bist du auch noch eingesperrt. Und jetzt fragt man sich, wann könnte denn so eine Gesichtsprüfung eventuell nicht positiv sein? Und genau das kann man doch jetzt zum Beispiel auch schon am Flughafen sehen. Dort wird dieses Modell schon praktiziert. Du darfst nur durch den Kontrollpunkt gehen, wenn du ein gültiges Ticket gekauft hast. Du darfst nur durch den Kontrollpunkt gehen, wenn du alle politischen Corona-Auflagen erfüllst. Und du darfst nur durch diesen Kontrollpunkt gehen, wenn du dir nicht zu Schulden kommen hast. Tja, und wie dieses sich nicht zu Schulden kommen lassen aussieht, das definiert natürlich jeder Staat selber. Wenn du es zum Beispiel schlecht findest, dass ein Mann im Gewichtsheben der Frauen gewinnt, dann darfst du dafür neuerdings 10.000 Euro Strafe in Deutschland zahlen. Dem neuen Selbstbestimmungsgesetz der Geschlechter sei Dank. Tja, und solche und auch andere lächerliche Straftaten könnten dann in Zukunft dafür ausreichen, dass du deine Stadtzone nicht mehr verlassen darfst, weil der Gesichtsscanner lässt sich dann einfach nicht mehr durch. Tja, und genau diese Dinge werden jetzt für alle 15 Minuten Städte vorbereitet, also auch für Hamburg. Und das natürlich aber alles in Salamitaktik, sodass der Widerstand nicht zu groß ist. Weil überlege dir mal, wie groß der Aufschrei der Bevölkerung wäre, wenn man von heute auf morgen sofort die Bezirke absperrt und du gar nicht mehr raus darfst. Ja, sogar die Deutschen würden dann auf die Barrikaden gehen. Also erfolgt das Ganze schrittweise per Salamitaktik und es gibt fünf Stufen. Als erstes Mal wird die 15 Minuten Stadt definiert samt ihrer Zonen. Als zweiten kommt dann die flächendeckende Kameraüberwachung. Als drittes kommen dann Zäune und noch offene Kontrollpunkte. Als viertes werden dann diese Kontrollpunkte verschlossen und es kommt zur Gesichtsscannung. Tja, und als fünftes, am Ende darfst du dann nur noch mit Erlaubnis den Kontrollpunkt passieren oder du musst dir einen Passierschein kaufen. Tja, so wie zum Höhepunkt vom Corona-Lockdown. Weil dort gab es ja auch Passierscheine für einige wichtige Leute, die dann auch nachts während der Ausgangssperre raus durften. Also echt krank. Und in einigen Städten wie Hamburg sind wir jetzt aktuell zwischen der Stufe 1 bis 2. Aber in anderen Städten in China sind wir bereits auf der vorletzten Stufe Nummer 4. Also meine lieben Zuschauer, das was hier gemacht wird, ist eben kein Kindergeburtstag und dient nicht dem Klima und auch nicht einem glücklicheren Leben, wie immer behauptet wird. Sondern es ist ein Fahrplan für die komplette Kontrolle der Bürger mit einem anschließenden Freiheitsentzug. Und wann immer ihr sowas seht, egal wo, dann müsst ihr das deutlich kritisieren und wenn möglich auch verhindern. Weil die Freiheit ist unser allergrößtes Gut.